Ein Porträt zeigt einem Menschen, wie wertvoll er oder sie ist. Das kann man in der Unternehmensfotografie wunderbar machen, indem man wertschätzende Mitarbeiterporträts macht, um seinen Mitarbeitern zu zeigen, du bist uns das Wert, schau, was du uns wert bist. People-Fotografie oder Menschen-Fotografie ist in sich eine Wertschätzung am Motiv, an der Person vor der Kamera. Und wenn ich als Fotograf mir die Zeit nehme, auf die Person einzueingehe, eine Atmosphäre, eine Umgebung schaffe, in der die Person sich wohlfühlt, diese Person wertschätze, ihr Interesse und Vertrauen decke und ihr auch dasselbe gegenüber aufbringe, dann hat Wertschätzung und Fotografie sehr, sehr viel miteinander zu tun.